Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibas Meerwasser zu einem Quick Guide Installation der Straton Pro für die Ungeduldigen. Wo ihr darauf zu achten habt, was ihr zu machen habt, das zeige ich euch jetzt und ich schalte jetzt mal die Kameras um und zwar brauchen wir einmal wo haben wir es ich habe es versteckt da einmal das Handy ich mache mich kleiner damit ihr auch seht was im Endeffekt passiert so das ist der Auslieferungszustand ihr geht natürlich hin und hängt die Lampe auf verlegt euer Kabel und dann müsst ihr anschließend hier noch das Kabel mit eurem Controller verbinden dafür macht ihr den Controller auf da habt ihr dann hier die entsprechende Aufnahme dafür steckt das das Kabel hinein so dass es links und rechts eingeklickt ist legt hier unten die Gummidichtung drauf und setzt dann jetzt habe ich es runter geschmissen setzt dann die entsprechende Kappe wieder drauf und presst sie zu dass alles schön sauber zu ist und dann kann die Lampe unter Strom gesetzt werden wenn ihr die Lampe unter Strom setzt so wie ich das jetzt hier mache blinkt sie einmal kurz auf um euch zu zeigen okay ich bin da und dann braucht das ganze ungefähr eine Minute dann machen wir jetzt einen kurzen Schnitt und sobald die Lampe an ist wechseln wir zum entsprechenden Setup Menü ja Leute Lampe ist hochgefahren wie gesagt die braucht eine Kleinigkeit braucht eine Zeit also nicht ungeduldig werden das Netzwerk erscheint eigentlich recht früh aber die Prozesse die hier drin starten die brauchen natürlich ein kleines bisschen Ihr habt ja vom Netzwerk das Status Symbol und jetzt gehen wir nehme ich euch mal mit auf mein Pad drauf wo habe ich es wo habe ich habe ich da habe ich es so also ich gehe hin und suche mir das entsprechende Netzwerk und da haben wir es im Prinzip auch schon da steht ATI Straton die Seriennummer und das wähle ich dann jetzt aus Ihr seht dann auch dass dann entsprechende Kommunikation stattfindet und jetzt kann ich hingehen meinen Browser öffnen und die entsprechende Netzwerkadresse eingeben und zwar ist das hier die 192 168 101 bei jedem neuen Setup wenn ich eine Lampe dementsprechend in ein Netzwerk reinhänge oder Neuabwerk kriege ist das die entsprechende Nummer die müsst ihr oben in eurem Browser eingeben und dann kommt ihr zum entsprechenden Anmeldebildschirm der Anmeldebildschirm haben wir hier ganz normal das Passwort ist admin admin dann gibt er mir unten schon vor nehmen wir es so weil ich bin ja faul jetzt hat er meinen Daumen erkannt so dann sage ich anmelden und dann komme ich hier zu diesen entsprechenden Setup Bildschirm ich kann mir jetzt hier im Vorfeld schon aussuchen ob ich die Lampe sektional betreiben möchte oder als Gesamtleuchte heißt im Endeffekt wenn ich jetzt hier hingehe und nur einzelne Sektionen haben möchte und diese einzelnen Sektionen unterschiedlich ähm unterschiedliche Lichtfarben drauf packen will dann muss ich sie sektional betreiben möchte ich aber sagen okay das ist mir egal ich nehme alle Cluster zusammen dann gehe ich hin und benutze das ganze als eine Leuchte es ist im Anschluss aber auch ohne Probleme wieder zu ändern ähm ich gehe jetzt erstmal hin und nehme das ganze als eine Leuchte gehe auf weiter dann möchte er nochmal das Passwort von mir haben und hier haben wir eine Kleinigkeit da müsst ihr darauf achten wenn er mit einem Pad arbeitet das kann sein dass dann ähm die erste Buchstabe groß geschrieben ist und von daher nehmt am besten die Bildschirmtastatur damit ihr damit das auch alles vernünftig funktioniert dann geht ihr auch weiter hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen okay ich mache entweder ein eigenes Netzwerk auf das wäre dann eigenes Netzwerk als Master Client da vergebe ich meine entsprechende SSID die kann ich ändern äh ich kann mir ein eigenes Passwort dafür setzen äh standardmäßig ist erstmal kein Passwort gesetzt oder ich gehe hin und klinke mich das was wir jetzt machen in mein Heimnetzwerk ein äh dazu muss ich äh gehe ich seitlich auf diesen Auswähler dann erscheint die entsprechende Verfügbarkeit meiner Netzwerke ich wähle eins aus und bekomme auch schon unten die entsprechenden Daten angezeigt und unter anderem die Signalstärke die ist wichtig da solltet ihr darauf achten wenn ihr mehrere Zugriffspunkte habt äh kann es sein dass die Signalstärke variiert ihr seht das na da Fritzbox da 91% das ist die beste so jetzt habe ich es ähm und dann muss ich natürlich hier unten meinen entsprechenden Schlüssel einsetzen gehe auf weiter gehe auf speichern und ihr seht oben rechts die Einstellungen wurden erfolgreich übernommen das heißt die Lampe startet jetzt neu klingt sich in mein äh Heimnetzwerk ein und ja dann können wir dann dementsprechend hingehen und die Lampe mit den anderen Setup Sachen dementsprechend weiter installieren das ist ja erstmal die Grundinstallation so wir gehen jetzt mal hin und klinken uns wieder in das normale Heimnetzwerk von mir ein und gehen mal auf mein Lampen Cluster dann müsste rein theoretisch die Lampe dort mit drin sein die entsprechende Adresse findet ihr entweder in eurem Router oder blende ich euch gleich nochmal kurz ein stand ja die entsprechende ähm Adresse gerade nochmal in dem in dem kleinen ähm Feld das ist dann http Doppelpunkt Backslash Backslash und äh der Name der Lampe also ATI Straton und die Seriennummer dahinter damit findet ihr die Lampe direkt im Netzwerk habt ihr mehrere Lampen in einem Netzwerk verbinden die sich erstmal miteinander und das äh seht ihr im Endeffekt jetzt so ihr seht jetzt selber da unten ist dann dementsprechend links in der Ecke steht einmal Sektion da steht eine Temperatur und alle Punkte sind grün das ist das was wir im Endeffekt haben wollen wir wollen Kommunikation unter den Lampen herstellen jetzt hier meine Lampe hat sich jetzt schon mit äh den anderen geeinigt äh hat das Programm übernommen das wird dann auch automatisch direkt gemacht wenn ihr schon andere Lampen installiert habt und ein Programm installiert habt dann übernimmt die zuletzt reingehangene Lampe das ohne Probleme solltet ihr das äh eine Komplettinstallation von vornherein machen installiert erst alle schaut dass die dann dementsprechend da unten ähm alle in der Kommunikation grün sind und dann könnt ihr auch hingehen und ohne Probleme eure entsprechenden ich sag mal Veränderungen hier machen die dann übernehmen lassen und somit kann ich dann dementsprechend schnell meine Lampen installieren ja Leute das war jetzt erstmal der Quick Guide wie ich die Lampe ins Netzwerk reinhänge wie ich dann anschließend wieder an die Lampe drankomme und ähm ja alles andere kommt in einem sehr ausführlichen Programm äh beziehungsweise Video hinterher da arbeite ich jetzt dran und ähm das wird ein bisschen länger das wird ausführlich Step by Step was die Lampe alles kann was ich damit machen kann wo Einstellungsmöglichkeiten sind wie ich ein Update mache was jetzt neu ist bei den Updates und 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 kriegt ihr alles dann in dem großen Video gezeigt in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr diesen Quick Guide hier gesehen habt bis zum nächsten Mal ich zähle auf euch euer Viper Ciao